Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und schauen uns die interessanten Neuerscheinungen für den April 2018 an. Diesmal habe ich nur vier Bücher gefunden, nachdem ja im März unglaublich viele tolle, spannende, interessante Neuerscheinungen erschienen sind. Bin ich ganz froh, dass der April ein bisschen ruhiger sein wird. Natürlich trifft man immer mal wieder auf Bücher, die einen eben gerade ansprechen und dann nicht unbedingt eine Neuerscheinung sind. Oder manchmal erwischt man auch nicht alle Verlage bei dem, was so erscheint. Aber ich habe vier wieder tolle Bücher für mich gefunden, wo ich finde, dass da jeder so ein bisschen ein Auge drauf werfen könnte und auf die ich ein bisschen aufmerksam machen möchte. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mit den vier Büchern. Und der Monat beginnt mit einem neuen Buch der lieben Gabriela Engelmann. Es ist Strandkorb Träume. Der vierte Teil der Büchernest-Serie wird am 3. April erscheinen und als E-Book und broschierte Ausgabe je 10 Euro kosten. Und ja, es ist ein sogenannter vierter Teil. Und ich freue mich extrem, in das Büchernest zurückzukehren, denn wir sind hier ja wieder auf Sylt und treffen hier auf bereits bekannte Protagonisten, Charaktere, auf ein Wirrwarr an Freundschaft, Liebe und Inselleben. Und mir haben die ersten drei Bücher super gut gefallen und ich habe die alle, wie sie erschienen sind, dann auch verschlungen und freue mich hier mega auf den vierten Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier was aus dem Klappentext erzählen kann, ohne zu spoilern. Ja, wir haben hier einen sommerleichten Urlaubsroman voller Nordsee-Flair und Inselfealing. Wir sind hier eben, ja, wie gesagt, auf Sylt. Wir treffen die sympathischen Figuren wieder, die Buchhändlerin Larissa, ihre Freundin Nele, die Patente Tante Bea und viele mehr. Und wir leiden mit ihnen, wenn ihnen das Leben Steine in den Weg legt und genießen jede Seite, wenn sie gemeinsam die Tücken des Alltags bewältigen. Klingt auf jeden Fall wieder nach einem wunderbaren Wohlfühlbuch und auch wenn ich selbst, ich glaube, erst ein oder zweimal an der Nordsee war, auch noch nie auf der Insel Sylt, Und ja, hat man da immer so ein wunderbares Meer-Feeling. Man riecht förmlich die Luft, wenn Gabriela schreibt und sieht das Meer vor sich. Und ich finde auch immer, ihre Charaktere sind immer so zum Greifen nah und könnten eben auch einfach Freundinnen von einem sein. Das finde ich einfach großartig. Und daher freue ich mich hier wirklich, dass es in dieser Reihe von Gabriela weitergeht. Auch sehr freuen tue ich mich auf das neue Buch von Matt Haig, Wie man die Zeit anhält. Das Buch erscheint am 20. April und wird als E-Book 16 und als gebundene Ausgabe 20 Euro kosten. Und Matt Haig ist unter anderem ja bekannt für Ich und die Menschen und allerhand anderer Bücher, Echo Boy und ja, Bücher, die ich einfach ja absolut gefeiert habe, gerade diese beiden. Natürlich ist nicht immer alles genial, was er schreibt. Mit diesem Weihnachtsbuch konnte ich nicht so viel anfangen. Aber wie man die Zeit anhält, klingt auf jeden Fall wieder wahnsinnig gut. Wenn Liebe die Zeit besiegt, keiner lehrt Geschichte so lebendig wie er. Und das hat einen guten Grund. Tom Hazard, Geschichtslehrer und verschrobene Einzelnergänger, sieht aus wie 40, ist aber in Wirklichkeit über 400 Jahre alt. Er hat die elisabethanische Ära in England, die Expeditionen von Captain Cook in der Südsee, die Literaten und Jazzmusiker der Roaring Twenties in Paris erlebt und alle acht Jahre eine neue Identität angenommen. Eines war über die Jahrhunderte hinweg immer einsam. Denn die Nähe zu anderen Menschen wäre höchst gefährlich gewesen. Jetzt aber trifft Camille in sein Leben. Und damit verändert sich alles. Und ich finde es mega spannend, was ein 400 Jahre alter Mann uns zu erzählen hat über das Leben, über die Geschichte, über Gefühle, über das Einsamsein, was sich da vielleicht in all dieser Zeit auch geändert hat. Und ich erwarte mir von diesem Buch eben so ein bisschen eine Art Zeitreise, die uns eben in die letzten 400 Jahre mitnimmt. Wir vielleicht irgendwie in Rückblicken immer mal etwas erfahren aus seiner früheren Lebenszeit. Und natürlich auch, was es mit Camille auf sich hat und was passiert, wenn sich eben der älteste Mensch auf der Welt dann im Grunde verliebt. Und theoretisch steckt er ja in seinen besten Jahren, wenn er aussieht wie 40. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. So auch auf, wenn alle Katzen von der Welt verschwenden von Kenki Kawamura. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ein Buch, das am 23. April erscheint, in gebundener Form 18 und ins E-Book von 15 Euro kosten wird. Und über dieses Buch bin ich mehr oder weniger irgendwie zufällig gestoßen. Ich kriege es auch gar nicht mehr zusammen, es ist schon ein Stückchen her. Ich glaube auf jeden Fall, dass mich Cover und Titel natürlich angesprochen hat. Und als ich dann auch noch den Klappentext gelesen habe. Ja, ich hoffe, ihr findet ihn genauso spannend wie ich. Ein junger Briefträger erfährt überraschend, dass er einen unheilbaren Hirntumor hat. Als er nach Hause kommt, wartet auf ihn der Teufel in Gestalt seines Doppelgängers. Er bietet ihnen einen Pakt an. Klingt das geil? Also ich finde, wenn das Buch nur ansatzweise was vom Klappentext hat, wird das eine geniale Story. Und hier heißt es auch noch, Genki Kawamura stellt in seinem Roman, von dem im Japan über eine Million Exemplare verkauft worden sind, die einfache Frage, was macht ein gutes und erfülltes Leben aus? Und diese Vorstellung, dass man einen Pakt mit dem Teufel hat, ich glaube, ja, das haben wir uns alle schon mal ausgesponnen, vielleicht sogar ewiges Leben und was wäre der Preis dafür? Einfach nur gesponnen, dass hier jetzt aber Dinge auf unserer Welt verschwinden und ja, ein einzelner Mensch überlegen muss, möchte er das nach Telefonen und Uhren, dass nun alle Katzen verschwinden und was verschwindet als nächstes? Das fand ich persönlich wirklich oder finde ich mega interessant und freue mich da auf ein Buch. Und wenn da schon eine Million Mal verkauft wurde, wenn auch natürlich im asiatischen Bereich, kann es doch eigentlich nur gut sein. Hoffe ich zumindest. Und schon das letzte Buch für den April wird am 25. erscheinen und ist der Sommertrache, die ewigen Gezeiten, der erste Teil von Todd Lockwood. Wird als Broschier der Ausgabe 17 und als E-Book 15 Euro kosten und ja, hier bin ich irgendwie über den Namen gestolpert. Lockwood habe ich ja aktuell auch im Februar gelesen, aber das hat jetzt weniger Anreize dazu geboten, nachdem ich ja Lockwood nur absolut okay fand. Nichts herausragendes, aber ne, also es war absolut in Ordnung. Und ich bin ja ein High-Fantasy-Mädchen, muss aber tatsächlich feststellen, dass ich so echte High-Fantasy doch schon etwas länger nicht mehr gelesen habe. Das soll sich jetzt aber dann hoffentlich mit dem Sommertrachen, ja, im Grunde soll jetzt endlich mal was, ich habe den Satz vergessen, wie er angefangen hat und er hat jetzt glaube ich auch keinen Sinn gemacht. Es soll sich auf jeden Fall ändern und ich hoffe, dass das mit dem Sommertrachen passiert, denn das klingt einfach wunderschön. Der Sommertrache ist der erste Band einer neuen epischen Fantasy-Trilogie voller Magie, politische Intrigen und Drachen. Von einem der berühmtesten Illustratoren, zum Beispiel Dungeons & Dragons & Magic. Maja wächst als Tochter des Brutmeisters in einem Eri auf, dem Ort, an dem Drachen ausgebrütet und großgezogen werden. Genau wie ihr Bruder Darian wartet sie gespannt auf den Tag, an dem sie ihren eigenes Drachenjunge bekommen wird. Doch sie hat Pech. Als sich der Nesttag nähert, zeichnet sich ab, dass die Delegation des Kaisers sämtliche Jungtiere für das Militär requitieren wird. Enttäuscht und verärgert macht sie sich mit ihrem Bruder auf in die Wildnis, wo sie nicht nur auf die Leiche eines weiblichen Drachen stößt, der von Wilderern erlegt wurde, sondern auch dem mythischen Sommertrachen begegnet. Zurück in Eri versetzt ihre Geschichte alle in helle Aufregung. Die religiösen und militärischen Autoritäten streiten darüber, wie der Sommertrache gedeutet werden soll. Maja hat an all dem wenig Interesse. Sie fragt sich vor allem eins, wenn es eine tote Drachenmutter gibt, wo ist ihr Junges? Kurzerhand macht sie sich auf eine gefährliche Reise in die Wildnis, um das Drachenjunge zu finden. Es soll sich hier um ein neues Drachenepos handeln und ich bin mega, mega gespannt. Drachen verfolgen uns ja immer wieder, nicht nur beim Hobbit oder dem das Lied von Eis und Feuer. Wir hatten es natürlich auch in der Jugend Fantasy Literatur bei Talon oder auch in der ersten Reihe von Sarah Jordan, die ich auch großartig fand. Ich finde aber tatsächlich, dass Drachen viel zu selten irgendwie in tollen Geschichten und High Fantasy vorkommen. Ich glaube, man hat als Autor ein bisschen Angst, wenn man über Drachen spricht, dass das absolute Klischee sozusagen erfüllt ist und wer möchte das schon erfüllen? Sind wir mal ehrlich. Aber ich freue mich hier auf den Sommerdrachen, denn das klingt nach einem Start in eine Welt, die ich jetzt schon zu lieben beginne, weil sie hat schon mal was mit dem Sommer zu tun, denn wir haben einen Sommerdrachen. Und wenn ich so rausgucke und die Kälte sehe, freue ich mich auf den April, denn es ist Frühling und ich könnte auch einen Sommerdrachen gebrauchen. Ich finde, es klingt nach toller High Fantasy und bin hier einfach mega, mega gespannt, wie die Geschichte sein wird. Und das waren sie nun auch schon, meine vier interessanten Neuerscheinungen für den April. Ich bin sehr gespannt, was ihr so auf den Wunschzettel habt für den April. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein oder auch, welches der vier Bücher von mir euch nun angefixt hat und vielleicht dazu verleidet hat, euch das mal näher anzusehen. Wäre ich sehr, sehr gespannt darauf, freue mich schon jetzt auf die Neuerscheinungen, die da kommen werden und hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Video, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.